Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch die Artillerie ist alarmiert. Die angreifenden Sowjetpanzer bleiben im deutschen Artilleriefeuer stecken. Deutsche Sturmartillerie stößt gegen den ins Stocken geratenen Angriff der Bolschewisten vor. Die Sturmgeschütze feuern auf einzelne Sowjetpanzer und Faktstellungen. Mit den Sturmgeschützen vorgegangene Grenadiere stürmen bolschewistische Widerstandsnester. Nach dem Gefecht liegen überall vernichtete Sowjetpanzer im Kampffeld. 70 Feindpanzer hat dieses Flakgeschütz vernichtet. Gefangene werden nach hinten gebracht. 60 Feindpanzerบage Untertitelung des ZDF, 2020